Elias, zehn Jahre, behauptet, ich mache in einer Minute mehr einbeinige Kniebeugen als die zweifache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin im Biathlon, Laura Dahlmeier. Elias und Laura haben eine Minute lang Zeit, so viele einbeinige Kniebeugen zu machen wie möglich. Dabei müssen sie so weit in die Hocke gehen, dass der Oberschenkel des Standbeins parallel zum Boden ist. Die Hände und das freie Bein dürfen den Boden nicht berühren. Das Standbein kann alle 15 Sekunden gewechselt werden. Klein gegen Groß, auf, los geht's, los! Zeit läuft. Sehr gut, Elias, schön das Gleichgewicht halten. 15 Sekunden sind um, du kannst wechseln. Ja gut, man muss immer wieder in die Bewegung reinkommen. Komm, 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 komm! 30! Komm, 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 komm! Zieh durch, Elias, komm! Sehr gut! Und noch 15! Die letzten Sekunden, komm, noch mal kämpfen! Jawoll! Und aus, aus! Wahnsinn! Alles okay? Ja. Oh! Oh, oh, oh! Wahnsinn! Jeder, der jetzt zu Hause zuschaut, muss nur mal versuchen, einen so tief zu machen und dann wieder hochzukommen. Und dann weiß man ungefähr, was das für eine Leistung war, die wir hier gerade gesehen haben. Geht alles? Alles okay? Ja. Ja. Oh, ein bisschen außer Atem. Das darfst du aber auch sein. Da sehen wir es nochmal. Wahnsinn! Da hast du alles aus dir rausgeholt und ihr hast 46 Warnes. Ja! Sehr gut! Oh Gott! Vorsicht, hier ist eine Treppe. Das ist so wichtig! Aber es gibt kein Zurück mehr. Was? Wir gehen nach oben. So, auch für dich, die Orientierung ist da. Die Zeit läuft, wenn du dich das erste Mal nach unten bewegst. Auf Los geht's! Los! So, die Oberschenkel ist parallel zum Boden. Alles ist gegeben. Du musst in 15 Sekunden sind um. Bein ist gewechselt. Auch hier sehen wir natürlich 30 Sekunden. Auch hier sehen wir natürlich unglaublich fit. Durch bis aus trainiert. Und die letzten 15. Die letzten 15. Die letzten 15. Hey! Laura! Komm hoch Elias! Vielen Dank, Elona! Komm hier auf rein. So, jetzt könnt ihr euch erst mal die Hand geben. Oh und echt. Du auch? Wann war es das letzte Mal nach dem Wettkampf so kaputt? Ja, ist jetzt schon eine Zeit lang her. Ja, ist schon ein bisschen her. So, wir gucken aufs Endergebnis. Elias und Laura. Elias 46, Laura Dallmeier ist da. Elias 46, Laura Dallmeier 39. Und da wir gesehen haben, wie toll deine Leistung war, wissen wir auch einmal mehr, wie viel deine Wert ist. Herzlichen Glückwunsch Elias. Super, bravo.